Ich steh noch bei, da bin ich drin. Du bist noch gar nicht am Start. Aber es ist nicht so schlimm. Ja, ich hab Messer an! Jetzt geh ich ein Messer an. Ja, du hast jetzt Messer an. Das ist voll lustig. Jetzt geh ich richtig ein Messer an. Ich trenne einfach die ganze Glemmenie. Das war es auch nicht. Das ist nicht so schnell da. Voll das Gesicht zerfetzt. Das hat mich erregt. Das macht sich schon an, wenn ich so versaut rede. Tada! Was macht der denn hier? Voll der Camper einer von uns. Aber ich hab die Waffe gewechselt anstatt zu Messern. Kreis rum, Kreis! Kreis! Nicht Kreis! Ja, aber das ist voll kacke. Da muss ich voll von meiner Steuerung runter. Warum? Naja, weil ich ja hier mit dem Cursor mein Gesicht lenke. Das ist ein Problem von sie. Das ist ein bisschen problematisch. Ach herrschte, du kannst ja mit dem anderen lenken. Geh weg! Wo warst du drin? Na, da brauch ich eigentlich wieder reinrennen. Dann hast du ja da schon getotet, was es zu Toten gab. So, was ist das? So, was ist das? Ja! 4 zu 0! Ah! Ah! Ah, ich! Den anderen hast du? Ich halte den fünfmal. Nein! Scheiße! Ich bricht der mich um! Um die eigene Achse! Und er hat es auch nicht hingekriegt. Wie geil ist das denn? Oh, nein! Na ja! Sadcom! Was ist das? Sadcom! Das war ein wenig! Was? Ich laber nicht! Wuhuuu! Was ist denn das? Flugzeug! Trinity-Rakete! Du kannst auch irgendwie zielen, aber fang nicht via! Wie denn? Hab ich noch nie gesehen! Keine Ahnung, wie du das machst! Du wirst hübsch drauf an den coolen Wasser los! Ich achte wieder nicht, was ich mache! Hä? Ich bin abgestürzt! Ich bin einfach nur... Schön, dass ich die ganze Zeit nur auf dich gucke. Du hast einen Hund? Ich bin abgestürzt. Ja, ich habe einen Hund und habe ein Flugzeug. Monge-Kuhn, was machst du? Voll krass, ja? Oh! Aber viel krasser war ich gerade. Ich stürze einfach. Voll ins Gebäude und dann gestürzt. Hier, guck! Siehst du? Läuft! Einfach rein! Ich weiß nicht, wie man das legt, also... Kann ich hier, wie gesagt, auch nicht ganz fertig sein. Der steht da ja noch! Nein! Da war, war! Also... Nein, so wird das hier nichts! Fick dir, Hanna! Jetzt wird mir langsam warm! Okay, die kommen bestimmt nicht wieder. Oh, meine Nase juckt! Oh, meine Augen fangen an zu drehen! Soll ich drauf, oder? Nein! Oh Gott! Oh, du Backdard! Oh! Ich will ja mich verarschen! Meine Nase juckt! Du hast gemessert! Gemessert! Oh Gott! Ich hab ein gemessert! Ah, nein! Sehr gut! Sag doch, das macht voll Spaß! Ja, aber ich muss den Messer dabei nicht finden. Du meckerst mich immer anders. Ey, ruhig mal! Mail Hing! Zehn Punkte! Ich hab ein Mail Hing! Du bist raus! Kommt raus! Das mit dem Messer nicht klappt, aber... Mann, mein Hund macht die alle fertig! Ich mach gar nichts! Du tust mir aber leid! Ja, das ist verschwissen! Kommst du mal raus? Ja! Maniac? Wie Maniac? Ach so, du hast Maniac! Ich hab verstanden, du hast einen getötet von den Maniacs! Na klar! Ich tute einfach mal schnell Maniacs! Ich tute einfach mal schnell Maniacs! Guck nach oben! Wo ist er denn abgeladen? Komm ich jetzt raus! Nein! Drücken, halten! Fuck! Ohne! Boah! Ne, komm ich nicht dran! Jetzt so! Dein Hund kümmert sich drum! Ich versuch, schnell rauszukommen! Ach so! Jetzt so! Jetzt kommt Kass! Hey! Wo ist ein Bär? Wo ist der kleine Bastard? Da ist er! Egal! Wir rein, bei dir! Jetzt ist er nach vorne! Und ich tue dich! Und ich tue dich! Und ich tue dich! Und ich tue dich nicht! Kleine Manko! Und dein Hund macht auch noch freundlich mit? Weiß ich nicht! Doch, man hört's ja mal an! Oder mir rennt die ganze Zeit eine! Ich tue dich da her, aber... Nachlad, eigentlich gut nachladen! Ach shit! Aber mann, Alter! Optik! Oho! Oho! Ja, drin sind immer! Ja, hier draußen auch! Du bist doch drin, du Mongo! Also ja! Dann bist du mich immer da im... Dein Hund macht auch mit! Ist das toll! Scheiß aufs Gegner! Der braucht's! Alter! Guck dir mal mein Score an! Hast du gesehen? 21,1? Ich hab's nicht nachmelden! Ich hab's nicht nachmelden! Ich hab's nicht nachmelden! Aber ich lebe einsam! Nee, dein Hund hat das aber eh nicht! Mann! Den Messer hat! Ich guck auf... Scheiße! Ich hab grad Gefahr auf mich messern wollte! Weil ich noch mal in ihr ganzes Lick bin! Gedanklich! Ich hab's nicht nachmelden! Oh, meine Frau! Komm schon! Einweg! Noch mal Lärmung! Mann, was ist denn jetzt los, ihr verdammte Fickte Katte? Über die Nase! Bist du auch da grad wieder gestorben? Nö! Du bist doch mal! Fick mich! Oh, zwei Bastarde! Misser, ich krieg gleich! Wo warst du denn? Und draußen, da und da und die Treppe. Oh, oh shit. Ich bin ja gerade hier irgendwo. Also kommen wir jetzt runter, glaube ich. Oh, ich habe nichts gekriegt. Das ist nicht toll. Das ist super. Meinst du keine Assists? Nein! Das ist aber schade. Nein, 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 keine Assists. Nein, ich wollte doch. Arsch. Leck mir doch die Kleken. Bäh. Das will ja keiner. Ja, nein. Warum denn? Oh nein, hinter mir. Oh, krass, ich habe mich umgedreht. Aber ich habe ihn nicht getötet. Also wie immer. Aber ich habe mich umgedreht. Aber du hast mich umgedreht. Das ist ja. So, dreht es wieder auf. 27,4. Oh Mann ey, meine Nase juckt. Die Hände. Ich habe mich umgedreht. Nein, aufstehend nicht. Das ist mir total. Oh nein, Jesus, ich hätte es nicht mal lohnt. Ich hätte es nicht mal lohnt. Fuck. I hate nachladen. Fuck! I hate nachladen. Und das Schätzkemesser hilft mir gar nicht, weil das gar nichts bringt. Nein, Mann. Ich würde dir, warum meine Sicht ist voll. Nein, das war's. Nein, das war's. Das war nicht mal heute. Das ist mein Unternehmer. Ich bin.